ich freue mich ich freue mir ich freue mir okay gut das ja ich glaube es wird wirklich dunkel steht da oben common 2253 mining co minecraft hallo na großartig so ich kann übrigens auch hier sicht verkleinern ich mag keine dunklen gänge so zum glück müssen wir keine ich hoffe wir müssen echt keine seiten besuchen also ich dann die entwickler das war echt so schwierig das muss man sagen dass ich hatte hier ist ja gar nichts oder ist da eine tür super das natürlich ich will ja gar nicht durch also dass wir den acht seiten suchen das war schon richtig schwer das muss man mal sagen aber sonst war schon geil so wir suchen ja mal hinter der irgendwas also passt noch dunkler also bisher ist hier alles noch ganz safe oder ah scheiße warning killman mining in the event of sudden power loss all employees must be removed from the mine via emergency lifts as soon as possible to power the lift please activate the emergency generators throughout the ground level of the complex six generators are the minimum required to power the lift at full compass city please see your surprise if you need help locating them tschuldigung ich habe gerade nachgedacht sehe ich das jetzt richtig dass wir sechs generatoren aktivieren müssen um einen Fahrstuhl anzumachen ich hoffe wir brauchen keine batterien okay können wahrscheinlich nur noch das mal nachlesen aber hier haben wir auch wieder was übersehen weil hier ist drei und nächstes wieder sechs bla 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 ja gut was da jetzt in scrapbook ist weiß ich nicht so ich hoffe ich hoffe ihr könnt jetzt irgendwie nicht sterben oder so das mit slender war echt äh sau schwierig so über kartons können wir nicht springen ist ein bisschen zu schwierig für uns das ist wahrscheinlich eine company oxydepark has come to an agreement with colmy mining company regarding its acquisition of mine rights for one of the state owned park mountains okay falls ihr das ganz durchlesen wollt einfach zurückspulen und pause drücken ich will jetzt auch nicht alles hier komplett durchlesen nee da gibt es nichts ja dann geht es mal ach hier schöne Pfeile wirkt auf jeden Fall sehr sicher okay wir gehen das hier mal weiter na scheiße okay ich war gerade mal ein bisschen ruhig one of sixteen rage is activated ach nö müssen wir sechs generatoren aktivieren werden von was anderem gejagt nein bitte nicht nein 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 ach nö sag mir jetzt nicht wir werden von einem anderen Vieh gejagt ach kommt schon Entwickler kann ich nicht wenigstens mal das Licht angehen nein 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 wow alter alter was ist das fuck man what the fuck was ist das ich kann nicht so schnell laufen wow fuck 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 geh weg man scheiße what the fuck ist das lauf ah alter ich kann nicht richtig laufen okay jetzt geht es wieder alter what the fuck war das das war ja widerlich okay okay das ist der nächste oh god hoffentlich kann ich das viel nicht killen wow wow okay ihr Entwickler seid echt durch no 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 scheiße das Fee ist doch irgendwo oh god ich muss mal kurz meine Ausdauer ist nämlich begrenzt äh wie mein Gehirn ne aber ich hab keine Ahnung wie ich laufen muss alter what the fuck ich kann nicht so schnell laufen alter hoffentlich ist das nicht wieder so ein äh so ein Ding wo die uns killen können okay also das mit dem Horror haben die Typen drauf ich kann nicht laufen okay okay da ist noch eins wow ah geh weg fuck ah scheiße ja das war echt das war ja wieder eine sehr gute Aufnahme soll ich es nochmal probieren wie lange nehme ich ihn auf ja 13 Minuten nehme ich jetzt erst auf ich glaube da kann ich es nochmal probieren äh einen Moment bitte oh Entschuldigung da bin ich wieder gegen das Mikro gekommen ja wieder typisch guck hier sehen wir es auch hier war der Prolog da wo wir am Haus waren hier waren die 8 Pages wo wir die suchen mussten Into the Abyss und dann folgen noch zwei andere ach du heilige Scheiße okay ich probiere es nochmal wenn ich es wieder nicht hinkriege dann äh man das ist aber ein bisschen schade dass man da wirklich sterben kann oder halt so leicht besser gesagt oh mein Kopf na ein bisschen zu viel Bier gekippt gestern so ist ein bisschen schade weil da müsste ich wirklich wieder einen Cut machen wenn ich die ganzen Generatoren anhabe oder ich müsste erstmal ausfindig machen wo die ganzen Generatoren sind außer das ist natürlich wieder random die sieht hier aber wieder anders aus irgendwie okay ich weiß nicht genau wie das mit dem Vieh ist aber beim zweiten Mal hat es uns auf jeden Fall gekillt ich weiß nicht ob ich da irgendwas klicken musste oder so ach du heilige Scheiße so das kennen wir ja schon ich freue mich ich freue mich so hier ist ja noch nichts also da können wir ja mal beruhigt dran vorbeigehen das ist aber wirklich ein bisschen schade das ist ein bisschen problematisch wegen dem Let's Play aber wenn man das jetzt so ohne Let's Play spielt dann ist das ja eigentlich kein Problem man versucht man es halt öfters bis man die Generatorenanlagen hat oder mit den 8 Pages bis man halt die 8 Seiten gefunden hat aber für ein Let's Play ist das halt schon ein bisschen problematischer so das kennen wir ja hier ist nichts hier ist nichts da vorne war noch was ach man hoffentlich müssen wir das jetzt nicht jedes Level machen so wieder sehr schöne Pfeile ich schätze mal aber wenn wir uns erst umsehen dann lautet es hier auch schon auf uns ich müsste mal gucken wo wir hier die Treppe hochkommen get to the tower ja äh ja ich wusste es doch wir müssen wirklich zum tower also zu diesem turm ich dachte schon da war das Vieh eben ok los geht's ich hab so einen heidens Schisse nein wo sind die Generatoren leck mich ach fuck sagt man jetzt nicht dass Vieh kommt jetzt von der Seite wieder ne wir werden wahrscheinlich noch verschont weil wir erst eine Seite haben oder so ich hab ein ungutes Gefühl Leute ein sehr ungutes Gefühl wird wahrscheinlich wieder darauf hinauslaufen dass ich hier wieder einen Cut machen muss tut mir natürlich sehr leid aber ok den haben wir schon aktiviert wo sind die alle aber jetzt sind wir wenigstens hier oben aber auch nicht viel Saver echt gerade das Vieh warum warum Parsec Productions und Isle Studios äh Blue Isle Entschuldigung so das war natürlich ein super Power Walk nein hier ist auch nichts ich finde es so schief wo sind die alle hallo ja der kommt wahrscheinlich gleich wieder um die Ecke gescheißert hallo ach scheiße es ist nie gut wenn es so ruhig ist never ever ach alter leg mich im Arsch so was die Teile hier zu bedeuten haben weiß ich auch nicht ja hallo Herr Gruselmann wie heißt der überhaupt der Typ Kullmann oder was ich weiß es nicht hallo ich hab keine Ahnung wo wir sind ach sehr schön im Kreis gelaufen ist immer gut ja wir müssen die 16er Ton aktivieren und dieses da ist er noch ne what what hallo Generator Generator ich suche einen Generator ja Entschuldigung ach ne äh sag mir nicht das hier ist in der nach scheiße ich hab Angst vor den Vieh ist ja fast noch schlimmer als Slender aber nur fast ist da noch einer äh oh meine Batterie geht ja leer ach scheiße du kriegst mich nicht du kriegst mich nicht so Entschuldigung dass ich hier ein bisschen rumlaufe aber ich möchte ungern von dem Vieh gefasst werden ok ok ganz ruhig ganz ruhig noch drei Generatoren ach scheiße Alter no 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 ich has das mal wir von dem Vieh wegrennen müssen ist ja fast so schlimm wie Slender so Entschuldigung ich hoffe dass es äh hier trotzdem noch spannend äh ist natürlich das Problem dass ich jetzt nicht weiß wo die äh fuck lass mich Generator Generator ist das widerlich gibt es ja wenigstens Tipps wo die sind Alter ich äh die waren die aber glaube ich schon letztes Mal lang gelaufen oh Alter das ist doch direkt im Tons ja ich höre es boah Alter geh weg geh weg geh weg geh weg ah ah fuck ah jetzt ok es geht wieder ist das widerlich Generator 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 äh Generator ja bitte ist ja Generator scheiße Alter aber langsam gewöhnt man sich dran das ist jetzt nicht mehr ganz so schlimm da ne doch nicht kann es sein dass ich gerade mal fünfmal im Kreis gelaufen bin wir gehen mal den Weg hier lang wenn ich es nach dem Versuch nicht schaffe dann mache ich es nochmal offscreen wir gehen mal nach links Alter Alter da war's da war's wow 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 geh weg geh weg geh weg ah oh Entschuldigung ja ist äh kurz quitt loa ding äh so dann würde ich mich mal bedanken fürs einschalten ich muss mal kurz gucken hat das jetzt ja das hat gereicht für die folgen gut dann bedanke ich mich fürs zusehen und ich würde mal sagen ich probiere das jetzt offscreen wenn ich dann wieder den sechsten Generator gefunden hab dann schalte ich wieder ein und das dann in der nächsten Folge also dann wir sehen uns nächstes Mal danke fürs zusehen äh fürs zusehen und dann noch ein herzliches Tschüssi pfuh alter diese Aufnahmen